Beziehungsweise, wieviel Stack hast du? Wieviel Stack hast du? Ich hab... Zwei. Ne, drei. Ah, dreien. Über drei. Oh, gut. Unter der Achse ist ich doch mal gebrochen. Ja, ähm... Genau. Ja, passt dann, komm zurück. Ja, gleich. Nicht zuerst den Gott der Bäume pflanzen. Ja, gleich. Tast, ding, so. Machen wir jetzt die Wände und hören auf! Haben wir genau 14 Minuten! Ja, ja, ja. Und ich kann die Steine rausholen! Ah! Ja, geil! Geil. Gäbe ich mir richtig retarded mit einem Riesenbaum pflanzen. So. Super. Mega. Geil. Da kommt jetzt der Riesenbaum hin. Ja, das funktioniert. Das ist der größte natürliche Penis, den es gibt. schau dir das mal an, das ist dann einfach so ein natürlich, du hast es schon extra hinbaut, natürlich ich bin ein Genie ne, ne Krissi, Natur pur gut, ich geb mich da hin ich spare Natur pur dann machst du jetzt einfach die Wende außer wir wollen die Wende jetzt noch anders machen was tue ich hier eigentlich bin ich komplett beschankt das war dein Stichwort mit ja aber okay ich glaub das braucht jetzt keine Antwort mehr schau dich an kann mir keinen Spiegel leisten und deswegen brauchen wir 60 Euro für Nio, meine lieben Damen und Herren heute im Stream ich glaub ich würd weinen, wenn wir das kriegen das wär richtig cool richtig unwahrscheinlich aber das wär richtig cool stell dir vor, ich kenn's dann so einen Fisch schau dir den Eindruck ich hab den Generation bekommen und du nicht vor allem es ist recht wenn zum Beispiel so 60 Zuschauer haben und die da einen Penny ein, 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 nicht ein Penny sondern ein Euro aber das wird spendet und das dann macht, dass er irgendwie so schnaffte oder jeder zweifel und ziemlich hart war, es war die Sapalela ja, es wär richtig, war die Sapalela kennt das noch jemand? niemand wird's kennen, weil die Folgen glaub ich so 20 aufrufen hat, aber egal so wie unsere normalen Folgen halt immer aber Playmeet-chan hat einen Starmaster dazu gebracht, mehr Horrorspiele zu spielen stimmt, weswegen eigentlich er hat gesagt, du bist cool und so kriegen wir mehr Zuschauer, ne und er hatte recht er hatte recht er hatte recht, wir hatten dadurch wirklich dann haben wir mehr Abonnenten und ein paar von seinen Freunden mich hat's gewohnt, dass er Freunde hat, aber was ist dem Kanal wohl geworden ist? ich meine, er hat aufgehört vor er hat schon ewig lang aufgehört er hat schon ewig lang aufgehört aber warum? er hat gebockt, wie jeder andere und ich weiß nicht, YouTube macht mir zu viel Bock ja, jach denke, er ist so eine Phase, die so jeder hat klar, ich hatte jetzt auch nicht immer Bock, aber dass jeder YouTube einmal probieren will es ist halt so, wir sind zu zweit ja und einer hat dann immer wieder Bock ich brauch Zäune, dich Krise oh ja, dir bitte nein, das sind die Zäune, die du nicht brauchst NOOOO% ja, jetzt ist die Frage, machen wir normal oder DINGS? Es würde fast zu den anderen besser passen, oder? weil wir schon das dann machen wir, oder? ja', oder? das heißt du machst jetzt dein Holz, also ein Stack zu den normalen Planks und baust die Wände ich glaube wir werden aus den Wänden jetzt nicht vergessen Normale Planks so, ich baue jetzt Wände und dann tun wir den Rest wieder wegbauen und schauen wo wir ein Fenster hin machen Meine Wände, sie sprechen Wände Genau, ich muss, wir brauchen noch Sand So Du bist nur so Olle Aaaaah Gerade noch So, zack, 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 zack Das wird eigentlich ganz schön Das ist eine gute Idee mit dem Fersenstall Prissy, du hast keine Idee Wie macht man Heubel? So, ähm Wie macht man eben den Stroh? Wie macht man Stroh? Aber baue es halt nur auf die Höhe von Du musst halt Du musst halt schauen wo das Stroh herumliegt und dann Ja Ich frage mich noch mal um so eine Maske Hast du noch mehr? So eine? Mir fehlen genau Zwei Ne Okay, dann mache ich noch mehr Ähm Da hier drüber fahren mit normalen Dings, oder? Ja, perfekt, ja 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 Ich weiß es eben nicht Was ist das denn? Mit der Maul Du Co Du Blöde Co Du 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 Ok Leute! Ich muss ja Türen auch machen. So, wir haben jetzt hier... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Perfekt! Und zum Beispiel bei uns ist es halt so, wir spielen immer Minecraft, wenn wir halt Bock haben. Weil es kommt tatsächlich oft vor, also manchmal auch vor, dass wir Bock haben auf Minecraft. Manchmal aber auch nicht. Ja, dann kommt halt ewig mal lang nichts. Schau, wie ich abbaue, Alter! Ich mach zuerst so ein Loch im Boden und dann... 1, 2, 3, 4... In der nächsten Zeit haben wir schon relativ viel Bock auf Minecraft, wie ich gesagt. Ja, einfach nur, weil das Community-Projekt sogar funktioniert, deswegen macht's gut. Ja, es funktioniert ziemlich gut. Und deswegen... ja... Sind wir hier grad ziemlich vorne drauf. Le... Ja, so alles verstummt auf einmal, die ganzen Kuh-Geräusche sind so weg, so... Ja, sind ziemlich vorne drauf. Die Kuh so... I'm out! Ich auch fast! I'm out of here! So, wie macht man ne Tür? So, hoffentlich geht sich das aus. Ja, müsste ich ausgehen, aber... Das ist ein Druckplan. Wahrscheinlich genau anders drum. Ich mach's echt genau anders drum. I'm a fucking genius! You're fucking retarded! I'm fucking retarded genius! Ach, Hals im Aul, Kuh, bitte! Na, das sieht doch ziemlich solide aus. Das schaut sogar wirklich nice aus! Ich hab mal so gedacht, ich bin behindert! Das schaut wirklich nice aus! So! Deine Idee! Deine Idee! Wie machen wir, ähm... Spitzdach! Ich mach Flachtdächer nicht! Ich mach Flachtdächer schon, aber nicht bei sowas. Ich find da... Passt so... Eine spitze Angelegenheit! So! Ähm... Ich baue jetzt mal zuerst... Dingsterbums! Zum Bums die Dings! Ich hau mal das ganze... Äh... Cleanstone oder... Kommel! Weißt du was wir machen? Wir machen ne Mischung aus... Wir haben Up � 20 aufel! Ich hab mit Afghanen Deligne Stone, mehr für... Oh ja! Wir haben so viel Kleenk reacts! Wir machen 2 National €ine ... Also akut! Die Ston Bricks! ьте! Stairs! Und, äh... Dazwischen machen wir die... Ähm... Normalen! Ja... Stones! Dass wir innen drinnen dann die Stones haben, die normalen. Und außerhalb dann die Stone Bricks! Stairs! Haltem Maul! Was sind da noch für Friend Requests? Schau mal. Ach so, das ist vom Server. Vom anderen. Das ist noch der Text vom anderen Server damals. Wir haben damals Play-Legend-EU ausgesprochen. Ach so. Ach so, ach so, ach so. Und meine lieben Damen und Herren, dafür ist das da. So. Ich weiß nicht, ob es scheiße ausschaut, das können die da nicht schalten. So, ich will jetzt mal... Welche Höhe machen wir Fenster so, oder? Ja. Ich mach hier drei. Hier drei, und dann machst du jetzt im Stall welche. Ich weiß echt nicht, wie ich es im Stall machen soll. Im Stall? Also generell so, dass die Pferde rausschauen können, oder wie? Ja, ich weiß nicht, wie ich es im Stall machen soll. Ich lass dir was einfach. Raaaaaaaaaah! So! Okay... Aha! Oh Gott. Hast du eine Axt? Ey, ja, was, 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 was... Du kriegst jetzt meine. Liegst vor meinem Eingang. Eigentlich nicht. Vom anderen Eingang. Zehn Kilometer weit weg. So. Ja, da. Danke. Täuschen. Ah ja. Einmal niesen muss, muss man niesen. Ah ja, ist klar. Pferde schauen ja sicher auch aus dem zweiten da raus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Acht, drei. Okay. Also ich würde es einzeln machen vielleicht. Äh. So hier zum Beispiel. Ich hab überhaupt keinen Bock auf Nacht. Oh nein. Nee. Nee, 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 nee. Wir brauchen so viele Stairs halt. Gute für so viel Cleans dann halt. Mach mal so. So. Schalt es immer so symmetrisch. So. Und du ein Làns tot. Ich mach' einfach momentan halt relativ viele Fenster. Damit die Pferde einen schönen Ausblick haben. so und so. Damit doppelt das ganze hier halt auch viel Licht an. Oh nein. So und so und so und so und so und so. Alter sind das viele Fenster und bist du behindert. Aber weißt du die Pferde brauchen wir halt. Ach Gott, jetzt passiert das erstmal falsch. Total. Hast du dir die Axt geholt? Ja. Ich weiß nicht ob das geil ausschaut. Kommen wir mal raus. Oh, ja, nein. Dass du so ein Doppelteil hast. Zuerst Zone und dann den. So und so und so und so. Ja, nein, vielleicht. Ja, nein, vielleicht. Schuchtelige Schuchtel. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Weiß ich nicht. Es passt schon irgendwie. So schlecht outgucken tut sie jetzt nicht. Okay. Dann hol ich mal das. Obwohl das Glas zum Schluss rein. Weil wir dann jedes Mal wieder einschlagen. So, jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir nach oben? Wir müssen auf jeden Fall eine Seite obfangen für Treppen. Oder wir machen oben, das können wir auch machen. Von außen? Das wäre halt Risky, genau von außen. Das wird natürlich im Hinterhof, weil vorne macht man das nicht. Dass wir dann hier einfach irgendwo... Wir könnten auch so ein separates kleines Mini-Ding, so drehe ich mal um. Sagen wir mal, wir gehen dann hier raus und machen hier so einen separaten Mini-Gang da rauf dann noch. So eine Art Wendeltreppe, die dann ins Haus hineingeht. Weil ich will da nicht den Ausblick der Pferde beeinträchtigen. Sondern dann machen wir das hier und dann geht hier oben noch so eine Art kleiner Gang hin. Das können wir machen. Warte, dann machen wir das mit dem Holz. Das machen wir so mit einer Wendeltreppe. Ich weiß nicht. Aber so finde ich, das sieht gut aus. So. So. Das heißt... Wenn ich das einfach instant gleich verpasse, dass ich einfach so... Und herum sind. Oh, das sieht doch scheiße aus. Wo ist die Axt? Verdammt nochmal. Bau du das. Bau du hier eine Wendeltreppe hin. Bau du hier... Wir machen die einfach links und rechts. Hier links. Obwohl... Kommt drauf an, dass wir das eher so rustikal haben müssen. Ich hab jetzt eher so gedacht, so... Ja, dann mach es einfach, wie du es so haben willst. Ja, ich... Ich mach es jetzt einfach... Ach so, warte, 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 ich muss... Du hast noch was anderes machen, bevor du da jetzt irgendwas hinbaust. Ich muss das grad wirklich ganz kurz drucken tun, weil... Hast du Stairs? Also ich hab die Stonebrick Stairs und die werden wir auch dafür verwenden. Das. Ähm... Ich muss kurz... Wie... 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 Wie den Zaun machen. Wir brauchen hier auf jeden Fall einen Zaun. Weil wenn da die Viecher reinspringen, sind sie sowas wie am Arsch. Ja, stimmt. Das ist eine kluge Idee. Ja, das ist eine kluge Idee. Oh, ich kann dabei das mal hier wieder loopen. Und neue... Stimmt, kannst du machen. Neue Viecher ficken lassen. Kannst du machen. Soll es euch zu wenig Dinger... Alter, wie schnell das eigentlich geht, gar... Junge, Junge, Junge. Ja, vielleicht ist da wirklich was ungespricht. Ich weiß es nicht. Leute, schreibt es mal in die Quote. Ich hab keine Ahnung. Vor allem... Wahrscheinlich... Erstmal draufhüpfen und es passiert nichts. Ja, manchmal... Manchmal passiert es manchmal nicht. Hashtag Schutz für Retarded Menschen. Völlig People, sondern Menschen. So... Ich weiß jetzt nicht ob da die Zombies so intelligent sind... Und dann von oben vom Berg rüber springen können, aber... Ich weiß es nicht. Wir können oben dann noch irgendwo unauffällig damit uns von unten nicht ziehen... so eine Art Schutzbarriere machen, damit kein Zombie auch da, tut mir leid, nicht runterspringt oder so. Stimmt, von oben ist es behindert. Von oben sollte man halt auch noch was bauen, aber wenn man da oben vielleicht eh was bauen... Ja. Genau, das wird dann einfach unser Fokus die nächsten paar Folgen. Oh, da geht ein Schweinchen um, oh dumm, oh du armes, doofes Schweinchen, oh, so süß, so tot. Haha, so süß, so tot. Aber sollten wir Schweinchen, Schweinchen haben wir noch nicht, also deswegen, ich weiß nicht, ob wir die so oft töten sollen, weil... Ja, aber wir haben Kühe, deswegen brauchen wir keine Schaufel, gut, ja, als Option, glaube ich. Soll ich das jetzt einfach so mal spaßeshalber Dings machen? So, guck dir das mal ganz kurz an. Ja, gleich, ich tu mal kurz das hier setzen, mach zuerst mal das, was du machen willst. Einfach nur spaßeshalber. Haha. Einen anderen Eingang, einfach nur... For the lols, cause why not. Cause we can und ich ja nicht noch einen überhatte. So, das heißt von links und rechts kommt keine Scheiße da. Shit, also ich kann jetzt... Ich finde das Haus echt sogar wirklich ein bisschen nice. Ja, es passiert ziemlich selten, dass man im Haus ziemlich nice findet, in Minecraft. auch noch ein paar Sachen vertreten. So, das heißt, ich kann jetzt auch noch ein paar Sachen vertreten.